Hallo und herzlich willkommen. Wir von sportbettenvergleich.net möchten euch heute die Mobile-App von Unibet vorstellen und euch zeigen, wie einfach es ist, quasi von überall aus, egal ob ihr unterwegs seid oder aber von zu Hause aus, mit eurem Smartphone oder mit eurem Tablet das riesige Angebot von Unibet zu nutzen. Ich habe mich deshalb bereits im Vorfeld mit Hilfe meines Android-Smartphones in mein bestehendes Konto bei Unibet eingeloggt, was ihr daran erkennen könnt, dass mir am oberen Bildschirmrand mein Benutzername sowie mein aktuelles Wettguthaben angezeigt werden. Außerdem möchte ich euch an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns mit einer sicheren Verbindung auf der mobilen Website von Unibet bewegen, was ihr an dem Kürzel HTTPS in der Adresszeile erkennen könnt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit nun aber wieder auf die Inhalte der Mobile-App lenken und dort erneut auf den oberen Bildschirmbereich. Ihr seht dort rechts zwei Buttons, die euch angezeigt werden und ich möchte mal zunächst auf den linken klicken und dadurch in den Einzahlungsbereich wechseln und euch diesen vorstellen. Der Anbieter schlägt euch dann im Einzahlungsbereich verschiedenste Zahlungsdienstleister vor. So könnt ihr zum Beispiel die Option Kreditkartenzahlung auswählen, Sofortüberweisung, PaySafeCard, Neteller, Ucash oder aber eine Einzahlung per Telefon durchführen. Und mit Hilfe von diesen Zahlungsdienstleistern könnt ihr dann auch von unterwegs aus immer dafür sorgen, dass ihr über genügend Guthaben auf eurem Konto verfügt. Ich werde nun aber keine Einzahlung durchführen, da ich noch über ausreichend Guthaben auf meinem Konto verfüge, sondern durch Klicken des Home-Buttons links oben zurück auf die Startseite wechseln, um euch dann hier zu zeigen, welche Funktionen sich hinter dem rechten Button oben in der Statusleiste verbergen. Deshalb klicke ich dann auch mal hier drauf und ihr könnt dann hier zwischen den verschiedenen angebotenen Bereichen der Mobile App hin und her wechseln. So könnt ihr beispielsweise in den Sportwettenbereich wechseln, den Slots-Bereich, den Table-Games-Bereich, den Live-Casino-Bereich, den Bingo-Bereich oder aber ihr könnt eure Kontoübersicht aufrufen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man eine Sportwette platziert. Wähle deshalb den Bereich Sportwetten aus und lasse mir dann im Anschluss die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga vom kommenden Spieltag anzeigen. Etwas weiter unten unter den Favoriten finden wir dann auch die entsprechende Kategorie Erste Bundesliga und dann tippen wir dort drauf. Die entsprechenden Spiele werden mir dann hier aufgelistet und ich habe dann die Möglichkeit, mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel gleich hier Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin. Hier habe ich mit Hilfe der grünen Buttons zunächst die Möglichkeit, auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder auf einen Auswärtssieg zu wetten. Ich kann aber auch zahlreiche Zusatzwetten aufrufen, indem ich direkt auf die Paarung tippe und mir diese dann anzeigen lasse. Das möchte ich euch ebenfalls kurz demonstrieren. Ihr bekommt nun hier eine große Bandbreite unterschiedlichster Wetten angeboten. So könnt ihr zum Beispiel darauf wetten, wer das erste Tor erzielt. Ihr könnt einen korrekten Torschützen benennen. Ihr könnt auf das Eckenverhältnis wetten und vieles, vieles mehr. Ich persönlich entscheide mich jetzt jedoch für einen Heimsieg von Eintracht Frankfurt, gehe deshalb zurück nach hier oben und wähle das entsprechende Spielereignis hier aus. Unser Wettschein wird nun auch direkt aktualisiert. Das könnt ihr daran erkennen, dass unten am Bildschirmrand eine schwarze Leiste erscheint mit einer kleinen Eins. Diese Eins repräsentiert unser gerade ausgewähltes Spielereignis. Wir können uns den Wettschein dann auch anzeigen lassen, indem wir auf den Reiter Anzeigen klicken. Hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, den Wetteinsatz festzulegen, zum Beispiel 4 Euro. Und dann könnt ihr den Wettschein abgeben durch Klicken des roten Buttons Wette platzieren. Das werde ich jetzt auch mal machen. Und es dauert nicht mal eine Sekunde und schon wird mir angezeigt, dass die Wette erfolgreich angenommen wurde. Es ist also auch mit der Mobile App Kinderleicht eine Wette bei Unibet zu platzieren. Alles in allem eine runde Sache, die Mobile App. Alle Funktionen, die zur Wettabgabe auch von unterwegs aus benötigt werden, sind vorhanden. Sie ist intuitiv zu bedienen und ich persönlich finde, ihr solltet es einfach mal selbst ausprobieren. Mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß dabei. ....\'85 ividad ... ... ... ... ...